Ich habe gerade mal Sound lauter gestellt, um eventuell die Schnauze zu hören, aber Fehlanlarm. Ähm... Ähm... Verdammt! Bis dahin klappiert es ja noch. Jetzt muss ja eigentlich die andere Plattform aber hoch sein. Wie, wie, wie kriege ich das hin? Was hat es hier mit auf sich? Ähm... Ne, es reicht nicht. Hä? Kriege ich denn jetzt die andere Plattform hoch? Ach... Oh, jetzt wie ich was mag... Ach... Fragen über Fragen... Ach... Relativ simpel sogar. Tja, man muss bloß drauf kommen. So wie bei allen Dingen im Leben. Flup. 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 Oh, ein Speicherpunkt. Dann werde ich... hier mal auf einen Stopp machen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Alice Madness Returns. Zusammen mit mir, dem Griesbrei P und euch den Zuschauern. Haha. Bis dann aber bei... Euer Griesbrei. Tschüss. 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 Hallo meine Verleunde des Geflächten. Wenn ich es beschreiben muss, hier liegt eine Bäckertüte. Irgendeine Abfall. Ach so eine Charon Frucht habe ich gegessen. Eine Corny Verpackung. Taschentücher. Wohlmerk wegen Schnupfen und nicht wegen Masturbieren. Die schmeiß ich mich gleich weg. Hier habe ich, ähm... Curly Wurly irgendeine Verpackung. Mini Zitronenreiche eine Verpackung. Hier liegt Werther Sky. Original. Mumus. Toffee Soße. Ähm... mehrere Teller. Tassen. Becher. Okay. Wir haben mittlerweile Fortschritt insgesamt 77%. Also bald sind wir durch. Wir werden einmal drücken auf Spielefortsätze. Ach ich mach ganz kurz nochmal einen Aufnahmestopp. Wir sind sofort wieder da. Ich möchte nur überprüfen ob auch alles klappt. So entschuldige ich vielmals. Jetzt sind wir auch schon wieder da. Und ja. Es scheint alles zu klappen. Jetzt kann es höchstens auch zu einem technischen Fehler kommen. Einstellungssache. Sollte alles funktionieren. Da sind wir gerade her gekommen. Da ist ein Koffer. Hier brauchen wir eh keine Zähne mehr. Ähm wir gucken uns hier mal kurz um. Ähm nach da unten können wir auch. Aber... Da wollen wir ja gar nicht hin. Ich dachte gerade ich müsste... Steuerung gedrückt halten. Wegen Push-to-Talk. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Ist dir überhaupt irgendwas geändert? Ich glaube der ist gerade... Das erschien. Okay. Aber da war sonst nichts in dem Raum. Hier brauchen wir ein Häschen. Nein. Aber erstmal müssen wir hier gucken, ob... Ich war hier auch nichts verpassen. Ist jetzt hier... Ne. Ne. Haben wir den dann damit ausgelöst gehabt? Weiß ich nicht. Aber der hat hierhin gezeigt. Eventuell da oben drin. Ne. Ich glaube nicht. Wir können ja mal... Ist noch aktiv das Ding. Hm. Komisch. Okay. Wir stellen uns draussen hier mal drauf. Okay. Hä? Wo ist denn Ivo? Da. Hohoho. Ich habe es unter meinen Hintern gehört. Das war knapp. Ich habe das Trink schon gehört. Huh. Nein. Ja komm, wenn ich noch mehr Zähne mit... Die brauchen sind zwar nicht, aber trotzdem. So. Find' schade, dass man so schnell an alle Zähne rankommt. Okay, da ist jetzt irgendwo eine Uhr erschienen. Was hat das denn da mit auf sich? Ich weiß es nicht. Wir gehen hier. Toll. Zähne liegen hier. War ja auch nur so viele von. Moment. Ist der Sprung möglich? Ja, doch. So, hier oben wird glaube ich auch nichts weiter drin sein. Nein. Sehen wir hier eventuell eine Schnauze oder ähnliches? Nein. Dann werden wir mal hier unsere Asien in Legen. Auch wenn ich nicht mehr hundertprozentig weiß, was alles passiert ist. Aber ich nehme mal an, wir müssen einfach durchlaufen und hier gegen schießen. Was ist denn? Danach Was ist jetzt folgendes? Da gehen mehrere Typen auf. Äh, was wird's denn? Fleisch. Wieder klein machen. Umjucken. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Bin mir jetzt nicht. Ach so. Hier müssen wir jetzt lang. Alter, Falter. Die wollen uns glaube ich heute echt töten. Habe ich so das Gefühl. Schnauze ist soweit keine zu sehen. Deswegen wäre denn wir einfach den Weg weiter folgen. Weil das eine Blume. Warum ist denn... Ah. Weil hier müssen wir eh lang. Komm her, du Plattform. Oh. Schneller. Nein. Weiß übrigens nicht, ob das Ganze schon blind ist. Ich glaube, es ist blind. Ich kann mich... Hier dran nehme ich mich nicht mal ansatzweise eh nähren. So. Aber ich gehe fest davon eigentlich aus. Weiß echt nicht mehr, wie weit ich es gespielt habe. Ach, da war's. Vor lauter Schüssen die Vieche gar nicht gesehen. Ich glaube, ich kann noch mehr Gegner. Wer hätte es gedacht? What the fuck? Warum buggelt die denn hier so rum? Oh. Eine Flasche. So. Müssen jetzt unbedingt noch Gegner kommen? Ich möchte ja eigentlich nur durchs Spiel durchrennen. Ich möchte gar nicht mehr kämpfen. Ich habe genug gekämpft. Doll. So, man wird hier nochmal vollgestopft mit Zähnen. Wie es mir scheint. Wir können uns zwar schon wieder ein Upgrade kaufen, obwohl es keine Upgrades mehr gibt. So ungefähr. Okay. Klar, jetzt auf einmal geht das auch hinter mir los. So. So. Wir sind auch durch. Hier ist der Zug. Guck mal, der Lächelzug. Da vorne ist ein Lächeln drauf. Hi. Hier bin der Zug. Jetzt haben wir hier auch wieder ein lachendes Kind. Oh nee. Was muss das sein? Okay. 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 Ich weiß nicht, ich habe gerade was gehofft. Aber die Hoffnung war wohl vergeben. Da haben wir auf jeden Fall eine Erinnerung. Die wir natürlich nicht verpassen wollen. Komm, häng mich an rein. What? What? Mehr buttons, mehr schälen. So. Und der Bärchen. Ja, da stehen wir ja gerade, du Nase. Da finden wir ja auch mehr weitere Erinnerungen. Gestörte Menschen ernähren sich an den Gefühlen der anderen, Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Ich halte dich für ein äußerstes Gerücht, weil ich ein gestörter Mensch bin und nichts mit anderen Menschen zu tun habe. Bitte eine Frage. Es wird eh keine Frage. Es wird ein fetter Kampf und ich hasse euch jetzt schon. Pfui. Doch, ich glaube, es wird eine Frage. Nee, es wird keine Frage. Oh man, warum wird das keine Frage? Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Okay, der ist auch nicht so schlimm. Den Fisch finde ich jetzt nicht so super, ist aber auch nicht so schlimm. Ihn finde ich schon eher nicht so cool. Okay. Ich glaube, die ganzen Viecher erstmal mit Dings anzugreifen mit der Pfeffermille ist gleich mal so eine schlechte Idee. Einfach um sie loszuwerden erstmal. Was ja auch echt schön geht. Schön. Ich würde halt echt nur ungern auf ein weiteres Herzstück zichten. Wenn hier nochmal rum. Oh, der ist hier im Boden. Nicht cool, nicht cool. Wir kaiten sie hier rum. Nicht cool, nicht cool. Kommst du denn jetzt her, Hase? So. Verletzende kommt man bei uns aber nicht, oder? Oh, hier ist auch einer Gleit vorne. Hier muss ich der Sicht wieder abschalten. Wow, ich hänge an der Tasse. Ich hänge an der Tasse. Ah, schön. Jetzt ja nicht sterben, Alice. Habe ich ihn auch down? Boah, er kommt noch mehr. Jetzt habe ich nur noch ihn hier, meinen Hasen. Kommen wir auf die große Fläche. Weil dann kann ich dich auch besser attackieren. Das ist ja nicht sehr formidabel von ihm. Sehr schön. So weiter geht's. Ja, wupp. Ernsthaft. Barry spielt Desi. Oh, wie gerne ich gerade mitspielen würde. Aber ich habe mir... ...geschworen, dass ich heute aufnehmen werde. Und das muss ich jetzt leider auch tun. Also leider, ich spiele das Spiel echt gerne. Aber... Ich kann nicht sagen, es ist aber verdammt leicht. Es geht mit ein, zwei Tasten drücken. Kann man richtig, richtig simpel glitschen. Mit zwei Tasten drücken. Und das funktioniert überall.